hallo junge hallo ich klopfte klein eine ganze bimbo sind schon wachmann und chef raus hier das nervt grad was ist denn da los guten tag hat hier jemand rotschopf gesehen den jungen vom gestüt ja genau den ist er hier nein ist aber nicht allzu lange her als er hier auf dem weg nach thallenberg durchkam folge dem bach nach westen dort findest du weitere köhler danke das wollte ich wissen halt die schnauze ich müsste euch gerade alle abschlachter ferdi kommst du hoch richtung westen hier lang ja hier natürlich in die andere richtung laufen können aber risk pferdchen weg bleiben bitte ne da drin ist nix ich bin mal zur freispeicher kurz ne nester entdeckt sehr schön die herren kann man mit euch reden sind vielleicht die die auch nach ihm suchen sollte man uns beeilen äh echt jetzt was ist mit dir los was was ich habe nicht gewildert der kadaver lag schon hier als ich herkam was machst du hier du suchst deine beute habe ich recht wilderer dieses tote reh ich reise in dienste von herrn ratzig kubiller durch die provinz klar und ich bin handivischs kämmerin lügner pferdescheiße du bist voller blut ich wurde gerade von kumanen überfallen und verletzt und jetzt willst du mir das anhängen nun es stimmt dass es hier in der gegend nicht sicher ist ich habe ein komisches gefühl bei dir aber ich bin mir nicht sicher ob du es getan hast was will man machen und was hast du hier eigentlich gemacht was meinst du damit äh du hast mitten auf der straße den kadaver zerteilt na und eine leiche braucht keine habseligkeiten wo soll man es melde es wäre besser für dich wenn du gestehst in ordnung ich war's ich brauchte was zu essen sie haben meinen mann getötet das haus niedergebrannt mein kind und ich hungern du musst es doch niemandem erzählen oder und du wirst es nicht bereuen ja warum kommt er doch eh nix keine sorge ich verstehe dich schnell und ich will dich hier nicht wiedersehen danke gott segne dich gott behüt dich so so hab auch Rundfusspferd warum kommt denn hier in die Brücke da vorne haben wir es vielleicht weil da der Fluss ist ja Kodexzentrag Lager Köhler ist er das nicht? nö reden wir kurz mit dem ja gelobt sei jesus christus gelobt sei jesus christus ich suche nach rotschopf aus neuhof war er zufällig hier rotschopf sagst du ein rothaariger kerl ja hast du ihn gesehen mal überlegen es war ein fremder hier aber der hatte keine roten haare gehabt war wohl ein anderer ach ja eure nachbarn verrieten mir aber dass sie ihn kennen und er euch besucht man darf nicht alles glauben was man hört wollten dich wohl einfach loswerden ich habe keinen grund in nicht zu glauben ich untersuche das massaker von neuhof und der junge weiß etwas darüber ich muss ihn sprechen verflucht na gut aber zuerst musst du beweisen dass du ein guter bist wie da waren zwei bewaffnete kerle die nach ihm gefragt haben Halsabschneider so wie die aussahen werde sie los und wir lassen dich zu ihm gut ich erledige das freut mich zu hören schätze sie sind irgendwo zwischen unserem lager und dem unserer nachbarn strom aufwärts gibt dann plätzchen wo sich früher wilderer trafen ist aber jetzt verlassen es gibt einen weg der geradewegs vom bach dorthin quatsch schnell ich habe sie gerade gesehen gut dann werde ich dort suchen danke spiel gespeichert an der stelle oh ist ja schön weil die haben wir nicht gerade gesehen die zwei wisst ihr noch können wir eigentlich nicht herkommen und äh den ausrüsten doch das geht auf der 2 dann ne die haben wir nicht gerade gesehen die zwei freaks ich dachte schon so verdächtig ja verdächtig rehfleisch schnell bringt uns nichts wenn ich hier unten auf dem weg waren die okay hi hase tschüss hase für die frage wo sie lang sind jetzt naja warte falsch hm ach Junge dass du da nicht drüber kletterst ist echt armselig äh wie er denn immer gesagt wo soll die sein find einen runde töd den banditen hm scheiße jetzt schon machen soll ich auch küsse waren gefährlich wo soll das nachher nochmal sein hm gibt es denn keine infos drüber hm 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 und hm 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 wenn man nicht genau zuhört Ich hab's doch das Pferd mitnehmen sollen. So, da sind sie. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Das wird eine Freude. Huch. Au. Junge Rinn. Komm. Ja, wow, wow, wow. Ganz ruhig. Au. Ach, scheiße. Ich hätte blocken sollen. Ah. Oh, fuck it. Ja, das war's. Fortfahren. Fuck, Mann. Den habe ich nicht immer so gut erwischt, weil er den jetzt nicht platt kriegt. Dreck. Ey, warum bin ich aber schon mit dem Handy knervt? Ist das dein Ernst? Was? Halt die Fresse. Das war grad so ein guter Run. Wer hat denn eigentlich im Grunde tot? Ja, gut. Ja, gut. Da haben wir Pfeil voll in den Hals geschossen. Der hat keine Chance mehr gehabt. Ah, Dreck, 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 Dreck. Das heißt, wir finden die auf dem Weg. Pädel doch nicht grad hin und her. Das ist gut. Halt, kurz noch Pfeilausrüster. So. Dann spreche ich mir aber jetzt kurz. Ja. Ja. Der unteren Abschnitt hier sind sie nicht vorbeikommen. Heißt, sie wackeln hier nämlich hin und her. Da. Aha, aha, aha. Wo sind die zwei Arschbacken? Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht noch random. Dann heule. Ah, jetzt wird's zum Kotze. Sind wir wahrscheinlich an der Stelle vorbei. Wo wir sie gesehen hat Töne. Der Eune war gut mit seiner Dreck, sagst du. Das regt mich jetzt auf. Mann. Von dem war echt net. Nix mehr, wenn wir mal richtig troffen. Gut, er hat ne Axt. Dann hat er da viel bessere Möglichkeiten, wie wir. Das heißt, mit der Axt, das war der andere im roten Oberteil. Dann müssen wir, glaube ich, als erstes. Ah, das sollten wir als erstes Blatt machen mit Fall und Bogen. Und dann wird ein Spiel gespeichert, Back. Och nööööööööööööööööööööööööööööö Jaaa, Laat! Meine Fresse! Ich hoffe, du musst jetzt spielen. Wobei, nicht, glaub ich glaub, nein Laat, hat geholfen. Gerade erst aufgefallen hab ich total ausgeplännet weil ich voll fokussiert war und gucke wo die hocken. Okay, mach eins mehr Kille die Und dann starten wir Kannst du ein bisschen für das Spiel neu starten Leg mich doch am Arsch, du Hier sind sie nicht zufällig gerade irgendwo Nee Ich dachte schon, du warst in der Werbe Und im Grunde war er, bis sie kommen Und er aus dem Hinterhalt zuschlage Nicht so offensichtlich, wie es gerade der Fall war Ich muss es nicht erst mal überlegen, wo der Pfeil herkam Spiegel speichert, Bacto Ich glaub's nicht Jungs Ich glaub, ich schlafe irgendwo noch Ist jetzt eine berechtigte Frage, ne Vögel aufgescheucht Das ist ja schön Fahren wir an, sonst tun wir so, wenn wir da ganz normalen vorbeilaufen ziehen Schwert und attackieren die von hinten Das ist der Plan Da ist das Reh Könnte hier nicht irgendwo das Lager sein Von dem, der was gelabert hatte Ist hier der Runderklauferkamer Ich glaub's grad weniger Sollen wir auf dem Pfad unten warten Irgendwann müssen sie ja kommen Juhu Jungs Please Ich bin mir mal vorbei Sag einmal, das kann doch nicht wahr sein Bist du da rumgelaufen, ob die dann verpasst wird Äh Guck mal in den Tagesablauf Die doch auch bestimmt Ich wackele ja durch die Gegend Wie ich grad Nicht jetzt Ach komm schon Bitte Ich will nicht hier wie rumdümbeln Sind Hasis Da ist das Da ist das Hm Ah, da sind sie Wart, ne, ne Steck einen Bogen ein Hey Wer ist da Ich bin nur ich Bin nur ein Wanderer Hallo Ist alles gut Möcht nur vorbei Junge, du bist doch tot Wo ist dein Freund Lässt dich halt alleine, ne Hehe Au Renn, 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 renn Junge Junge Jetzt du mir keinen Scheißer Boah Echt jetzt Hol dein Scheißschwert raus Nein Du Dummpatze Bis gleich Ich mach neu Oh, wobei Oder schade Oder Hallo, ja Fortfahren Das gibt's nicht Du Ich speichere ab Wenn ich ihn wieder gefunden hab Ich lauf doch hier Kein zehn Minuten Schon wieder rum Und warte Oh, jetzt hatte ich Ja gut Okay Ich hätte vielleicht auch Früher der Burg Einstecken können Ne, okay Dann machen wir kurz Neustart Bis gleich So Hier gehen wir Ein halb Sie kommen zurück Am Stück Jetzt warten wir einfach Bis die zwei Tunichtsgute Vorbeilaufen Und werde vorher speichern Und werde vorher speichern Das Leck mich noch am Arsch Du Ich sterb doch jetzt Fünfmal Tschöme Ich kann jetzt Was lauter Aber Zieh doch einfach Dein Dreckschwert Raus Alter Da Hin Dogen Ey Guck mein Schwert Ja Schön Geh mal Schneller Ich wüsste Ich wüsste Trotzdem Wo Die zwei Lutschpastille Kommen Die müssen Irgendwo Von oben Runter Laufen Ich spawner Not Random Das heißt Die kommen Irgendwo Auf jeden Fall Den Weg Runter Ich meine Der Kreuz Nicht mehr Treffe ich Die Immer Der Eine Hat Vier Pfeile Der Eine Sogar In der Brust Drinnen Man Der Muss Doch Tot Gehen Ich bin Ziemlich Sicher Dass Ich Von Doppel Runter Laufen Aber So Was Von Wo Anders Können Die Ja Gar Nicht Her Kommen So Ein Weiter Weg In Der Zeit Wo Wir Gut Rum Stand Sind Zu Fuß Und Mit Lauf Stich Halt Strecke Zurück Leger Was Sollen Die Sonst Kommen Lager Sind Sie Nicht Das Ist Halt Stücke Ne Ich Glaub Es Hat Weniger Oder Da Vorne Steht Eine Karre Das Bringen Uns Aber Auch Gerät Herzig Wenig Hi Hi Ah 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 Ha Ha Boah Drei Stück Sind Drei Zu Viel Nase Hilf Mir Hört Hört Nichts Gewacht Mann Was willst Menschen Du Jetzt Seid Ja Beide Dumm Oder Was Die Groschen Nehme Ich Mit Die Jagst Auch So Heilige Scheiße Was Geht Hier Ab Ja Du Kommst Jetzt Auch Mal Gleich Hier Herr Freundchen Junge Jetzt Passt Doch Uff Hint Hinter dir Ist Einer Wie könnt ihr Da wohl Wechseln Nach F Gnadenstoß Ja Wow 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 Brauchst Meine Brezel Alter Was ist damit Das ist Kaputt Ja Dann Schmeiß Weg Groschen Kommt In Pferd Ja Passt Rüstung Pferd Heilige Mutter Gott Ich Speichere Das Es tut Mir Leid Gegen 2 Habe Ich Eine Chance Gegen Ein Der Wie Arm Seel Ich Gut Ich Habe Random Glücklicher Weise Geblockt Was Wir Waren Das Zwei Geheise Nicht 3 Ich Will Hier Wieder Weg Problem Ist Ein Verband Brauchen Man Kann Man Nicht Ein Bisschen Was Macht Der Schade Eigentlich Jetzt Gerade Im Aktuell Händen Spieler Ruf Buffs Kopf Verletzung Dein Kopf Ist Verletzt Die Verletzung Kann Zu An Blutung Führen Wenn Du Nicht Auf Passt Okay Kann Ich Verband Oder Was Anleger Ne Das Meine Zwei Freunde Hä Waffe Ansehen Ah Ja Auch Von dem Reh Hier Ja Genau Boah Gott Weißt du Mit 3 Komme ich Klar Aber mit 2 Nicht Dead Logic Schick Vor allem Ich Habe Den Beguss Wir Wur Umschalten Ich Meine Das Wur Tab Gwese Also Auf Das Andere Ziel Dann Oh Ja Da Vorne Sind Sie Oh Speicher Ich Also Könnte Saga Was Ihr Wollt So Hör Wer Wer Bist Du Rächtiger Waffenknecht Hä Ne Eine Frage Stellen Und Danach Frag Ich Dich Etwas Ach Ja Nun Gut Wir Suchen Nach Rot Schopf Nen Stallburschen Von einem Gestüt In Der Nähe Hast Du Ihn Gesehen Kenne Ich Nicht Ich Komme Nicht Mal Aus Diesem Teil Des Landes Ein Jammer Wir Machen Uns Sorgen Um Ihn Können Ih Aber Nirgends Finden Ich Kenne Ihn Wirklich Nicht Aber An Eurer Stelle Würde Ich Die Köhler Fragen Oh Gewiss Danke Für Den Ratschlag Au Ausdauer 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 Ja Genau 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 Und ich Hau Dem Ins Kreuz Nein In Sein Verficktes Dreckskreuz Und Überlebt Halt Doch Die Fresse Einfach Wie Kann Das Bitte Sein Soll ich Jetzt Mal Kopf Schlagen Ich Glaube Schon Das Weniger Gleich Eine Stichwunde Zufüge Instantly Ja, das war's Ach Gott, das gibt's doch nicht Soll das etwa alles sein? Äh, noch nicht Der hat doch nix mehr, Mann Ja, komm, geh weg Boah Boah Au Verpiss dich Waren das nicht sogar die zwei? Ich glaub, das waren die zwei Ich speicher lieber Aber auf einem anderen Spielstand Ja, bitte, danke Wo ist denn hier ein Nest? Eigentlich hoch im Baum irgendwo drin, ne? Keine Ahnung, ist mir egal Warte, ich sollte den noch kurz looten Wo liegt dann? Ringelblumen Äpfel Kleines Rüstungsoperaturset Die Ringelblumen, halten die eigentlich ein? Hat da nicht so Ringelblumen dran? Nahrung Ringelblumenaufguss Halt, äh, binnen einer Minute leicht gefunden Oder Auswirkungen eines Katers Ich glaube, ich hab die Ich hab mir den Vorschein, dass es noch andere gibt Ja Bin der Typ mit dem Schild Alter, da das Schild Die zwei Typen Was, was, was? Ich hab gar nichts mehr zu suchen Walalalalalalalalalalalalalalalalalala hallo schwert ja für mein feld ist es schon das gefühl habe ich auch ich hoffe mal ein bisschen rückwärts und hoffen dass man den weg findet dass mir hilfe krieger wo die andere typ eigentlich da so hallo erwischt au da piekst mich irgendeiner an muss mich am gesicht kopf sturmkratzer könnte man so sagen komm doch her du pisser problem ist ich habe einen hinter mir das gefällt mir gar nicht komm doch dein freund hat dich verlasse der ist weg wenn das der typ so heißt haben doch du pisser maria himmel im gott arschloch leck mir am arsch den dolch hätte ich gern die grosche auch ringelblumen schnapp sowieso das trinkwasser nicht mehr auch mit hat man doch mal ein schild oder mitnehmen speicher kann ich mich jetzt nicht ohr abschneiden nö kann ich nicht okay ich würde gern nochmal ein ringelblumen schnappst zu uns nö mal heilige mutter gottes wer ist da was ist hier los du drecksack du hast mich nicht gerade angriffe du pisser den silberball kann ich mir auch mit den dietrich sowieso oh halt kleiner goldkelch auch danke also mit dem kämpfer ist es langsam raus gewöhnungsbedürftig aber ich krieg es langsam hin halt ich will das ist das ich mir gerade so scheiß egal werft ich jetzt hier speicher sorry hierfür so jetzt sag ich ich aber das sind so momente da will ich nicht nochmal machen bitte verzeiht mit mir war doch hier irgendwo nicht noch einer wir müssen doch hier irgendwo gleich am wegesrand irgendwelche leiche legen das ist unsere handschrift ja genau da haben wir schon mal einen der ist tot können wir den ort trennen wir haben doch ein deutsch dabei verstehe ich nicht es war noch drei an der zahl was komm 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 Hallo, ich hab dich gehabt im Grunde. Es bleibt da, du Wichser. Der kann nämlich, glaube ich, nehmen. Verfolgungsjagd ist sonst jetzt oder was? So, dreckiger Hund. Ja, das Schild ist auch noch dabei. Die kannst du mitnehmen, die kannst du mitnehmen. Es gibt gut Geld. Das hier. So, ich weiß, wir sind überladen, deswegen müssen wir jetzt Rüstung. Wir müssen echt zack verkaufen bald. Äh... So, ich weiß, wir sind genau wunderschön.